Hey Leute, kommt zurück zu Uncharted, Drakes Schicksal. Im letzten Part haben wir, wie immer eigentlich, wieder viele Gegner besiegt. Und Sully! Sully lebt noch zum Glück. Und wir steigen jetzt hier auf das Jetski. Denn wir müssen flussaufwärts fahren zum Kloster. Und mit X gab man nochmal Gas, okay? Gut. Dann also flussaufwärts zum Kloster. Und auch zum Sully retten. Und auch näher an Eldorado dran zu sein, an den Schatz. Und woher kommen diese Explosivfässer her? Die strömen hier flussabwärts. Oh. Das sind ganz schön viele. Und auch Gegner. Oh shit. Da sind wir reingefahren. Da wurde ich zu sehr abgelenkt. Beziehungsweise. Ich wusste nicht, wie die Strömung verläuft. Oh Gott ey. So, ab hier fangen die Fässer an. Zack, weg mit denen. Nach vorne auch. Den Fass hier kann ich ausweichen. Den Fass hier auch. Zack. Vorsicht. Oh Gott. So. Und so. Geschafft. Die Stelle haben wir schon mal geschafft. Oh shit. Huh. Das war knapp mit den Fass. So, ab hier dran vorbei. Oh. Ganz vorsichtig. So, das wollen wir mal aus dem Weg. Das auch. Gut. Hab ich beide ausgelöscht? Nein, leider nicht. Ah. Ah. Mann liegen hier viele Fässer. Meine Güte. Ist ja nicht mal feierlich. Und jetzt müssen wir schnell weg hier. Hier müssen wir irgendwie durchkommen. Oh Gott. Oh no. Oh no. Wir sind gleich tot. Oh Gott. Oh no. Oh no no. Oh no no. Das was können wir da lassen. Das war mega knapp jetzt. Aber wir sind weiter gekommen. Oh Gott, die Strömung. Und weiter nach oben. Schafft das unser Jetski? Gerade so. Da kommen wieder Fässer runter. Ab hoch hier. Und weiter nach oben. Und da kommen wieder Fässer. Oh no. Fast tot. Aber es geht noch grad so. Oh Gott. Von rechts nach links. Und von links nach rechts. Oh Gott. Granatenwerfer. Oh 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 oh. Huh. Ja. Bringt die Fässer mal zu explodieren. Danke. Ah. Aber wir sind zumindest wieder weiter gekommen. Hier irgendwo waren ja die Fässer. Irgendwo war eine knappe Kiste. Ich glaube das kommt gleich wieder. Ja. Ja. Hier zum Beispiel. Oh 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 oh. Jetzt kommt der Granatwerfer wieder. In dem Jahr. Diesmal kein Schaden. Oh Gott. Wir müssen hier hoch. Das andere ist nämlich viel zu steil. Oh Gott. Da kam die Stelle. Das ist immer diesmal reingefahren. Komm. Erhol dich. Oh. Kacke. Wir haben uns erholt. Wow. Wow. Nein. Nein. Oh Gott. So wie es aussieht. Müssen wir die töten. Und gleichzeitig auf die Fässer aufpassen. Ah. Hier kommt die Stelle noch nicht. Hier auch noch nicht. Aber da vorne. Da vorne kommt sie gleich wieder. Oh. Da. Da. Hier ist die Stelle. Oh Gott. Da sind wir diesmal ganz drauf gegangen. Holy shit. Holy macaroni. Mal. Ein bisschen. Konzentrieren. Hier. Oh. Zack. Weiter nach oben. Den Fässern können wir leicht ausweichen. Die auch. Oh Gott. Oh. Diesmal war ich mich schneller. Und du nervst. Du nervst da vorne. ne. Bisschen abgelenkt. Oh. Ich hab' ihn sogar getötet. Oh Gott. 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 nein 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 auch man fast geschafft aber auch nur fast das war haarscharf so mal schauen ob wir es jetzt schaffen den können wir wie gesagt ausweichen es kommen die hier auf der innenbahn er wollte sind sie explodiert jetzt kommen die hier wieder so den auslöschen jawohl ach gott nein da kommt das was wieder wir werden hier noch öfters fehlen da kann ich euch mein wort drauflegen dafür lege ich meine hand ins feuer das wäre es jetzt wenn wir das jetzt schaffen aber ich glaube er nicht oh gott machen wir hier jams mit den jetski so du nervst das was kommt da lang jetzt können wir hier hoch und jetzt schnell wieder schnell wieder hier dran vorbei hoffentlich schaffen wir es diesmal aber ich glaube nicht ausweichen ausweichen nein 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 okay ruhig bleiben tief ein und ausatmen gut so da kommen die fässer so können wir den von hier oben schon erledigen nein leider nicht er hat nur so eine hohe reichweite jetzt sind wir hier wieder hier fehlen wir die ganze zeit so mal ab hier an den rand und mal hier die gegner auslöschen mal eins da oben zack warten bis man ein leben bekommt hier schön am rand ganz vorsichtig granatenwerfer typi auslöschen und jetzt können wir jetzt können wir durch schnell 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 gib gummi jetski gib gummi jawoll endlich langsam aber sicher bekommen wir es hin und hier ist schön flaches wasser okay es wird wieder tiefer da geht es nicht weiter lassen wir uns mal wieder runter treiben hier geht es weiter geschafft alles klar okay gehen wir rauf zum kloster und sehen nach was los ist kapitel 13 zuflucht so unsere akkas wieder draußen wir halten sie wieder in den händen so auf hier und da sind sie wieder da sind mehr gegner hier in deckung du musst es leider nachladen die stelle ich auch gleich zack und ab über die brücke hier gleich erstmal noch munition suchen pistole gibt es irgendwo einen schatz nein gut aber munition gibt es hier ja zack dort liegt kein schatz oder nein glitzert nix wir haben bestimmt wieder hundertprozentig welche übersehen gut weiter geht's weiter nach oben düstere musik rennen rennen sie nicht so eddies jungs könnten überall sein ach quatsch die typen haben wir doch lange abgehängt oh mein gott das ist ja widerlich hätte ich doch bloß meine kamera also die spanier haben fallen gebaut um ihr gold zu schützen das waren sicher nicht die spanier sieh dir mal die spieße an unglaublich vollkommen irre das ist von unserem flugzeug das ergibt doch überhaupt keinen sinn wer stellt solche fallen auf wenn die eigenen leute überall auf der insel sind niemand etwas war hier seit die falle zu schlug etwas oder jemand halt glaubst du etwa hörst du das was denn nichts absolut nichts wir werden beobachtet beobachtet weißt du was ich glaube ich habe mich geirrt wir sollten lieber abhauen sonst sehen wir nachher genauso aus wie der arme Kerl da ok es ist beängstigend ruhig ich glaube hier wartet gleich wieder ein fight nicht umsonst würde hier einfach so eine pistole liegen mit 60 schuss groß oh das war mir klar warum war mir das nicht klaaaaaaar huu stirb danke und hier lang hier deckung nehmen doch nein oh nein zwei granaten auch noch na toll zeig dich so oh du bist erstmal down da vorne noch sogar ein maschinengewehr hat der weiter eine granate bei dir falls du die grad werfen wolltest bist down gleich jetzt bist du down und da kommen mehr da kommen mehr aber solange wie ihr keine sniper habt mit laser visier ist alles gut roman und navarro können nicht weit sein wenn ihre hasher hier beim tor sind toll ich hätte gedacht wir haben jetzt auch so ein laser visier schade aber wir haben jetzt eine desert bekommen eine desert pistole mal schauen ob die ordentlich bumms hat erstmal gucken ob es hier schätze gibt ne sieht nicht so aus bestimmt finde ich die dann wieder in der nachbearbeitung wer weiß noch ne pistole wo lag die hier wir behalten aber die desert erstmal ich höre die bibliothek sichern lasst sie nicht zu sullivan ja sir der alte ist im osten des anwesens an der arbeit wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen ich trau diesem typen nicht oh sully ist im osten ich sehe ihn ah schade oh die hat wirklich ordentlich bumms wart das nur ihr beide da unten sieht so aus ich trau mich nach unten oh shit laser visier wieder zack weg oh gott die hatten ja mehr aus bis jetzt down von deiner eigenen waffe gut oh gott verfehlt der ak schnell waren das jetzt alle ich hoffe aber ich denke es eher nicht es liegt denn hier schönes pistole aber ich möchte wieder so ne desert haben habt ihr nen desert dabei gehabt jawoll sehr schön hier liegt noch munition äh sully äh nate nicht sully nein hier liegt kein schatz gut dann wollen wir weiter nach drinnen gehen leichter gesagt als getan oh gott was war das was zur hölle war das oh no oh gott da oben hä wo da stirb oh no wo sind sie noch da hinten ich müsste aber näher ran oh gott erst mal da oben die auslöschen die da sind die trifft mich nicht wo ist dich komm zeig dich wenn meine desert schön viel wumms hat oh gott down oder ich hab dich gesehen oh gott verfehlt na 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 kacke ist trotzdem down aber ich hab nicht mehr viel munition spannende musik frisst das mal oh gott oh gott oh gott oh gott laservisier ist da vorne sind sie da vorne ist er mit seinen laservisier schnell ausgelöscht bist du noch der einzigste ich hoffe bitte lass die musik sich beruhigen cool jawoll neue muni und wieder eine desert sehr schön oh gott flieg danke da geht's nicht rein ist hier unten noch was tipp da oben geht's lang okay aber schau mich trotzdem hier unten nochmal um neaaain kein schatz gut dann gehen wir hier noch oben zack hält sich an den anderen da fest jawoll du musst nochmal springen nate und jetzt darüber oh gott gut ich würde sagen hier beende ich diesen part seid gespannt wie es weiter geht denn ich bin es definitiv wenn euch dieser part gefallen hat dann gebt den doch einen daumen nach oben und schreibt einen kommentar das würde mich sehr sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder tschüss tschüss